Weihnachten die sich die Menschen machen können Egal von wo auf der Welt Wir wünschen euch und euren Liebsten von Herzen besinnliche Stunden mit Tannenduft und Kerzenschein Herzlichen Dank, dass ihr uns in diesem außergewöhnlichen Jahr treu geblieben seid Wir werden uns alle gesund und fröhlich 2021 wiedersehen um gemeinsam zu reden, zu lachen und etwas für unsere Figur und unsere Gesundheit zu tun Fröhliche Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Fröhliche Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten